Auf geht's zur 24. Bunzigammer Musikanten-Ski-WM. Erfreuen Sie sich an guter Musik und besten Schneeverhältnissen. Vom 8. bis zum 12. April in Schladming-Rormos in der Steiermark. Es erwartet Sie das Eröffnungs-Open-Air in der Rormoser Erlebniswelt. Hüttenzauber mit Musikgruppen in sämtlichen Skihütten und als Highlight das Winterfestival im beheizten Festzelt. Freitag die Alpen-Obergreiner, die Edelseer, die Kratzer-Spatzen, die Südtiroler Spitzburm und viele andere. Samstag das Quintet-Johé, die Lechner-Burm, Moskirkner, die Krieglacher und einige mehr. Sportlicher Höhepunkt am Samstag der Musikanten-Riesentorlauf. Musikalischer Ausklang beim Frühschoppen am Sonntag mit den Innsbrucker Böhmischen, Quinte 2000 und vielen anderen.